Oh Gott, oh mein Gott, die beiden haben eben schon Stress gemacht. Oh, ist die schön, wenn es ein Mädchen ist. Nieslich, ne? Oh. Ja, das ist ein Mädchen. Ich denke mal, das hier vorne ist der Rüde. Na, er hat auch wieder ein Stück zu Futter. Ich denke mal, die hier geht ja auch trinken. Das ist bestimmt der Rüde.